ja ihr werdet gleich auch sehen wie boah ist das ein scheiß es tut mir leid Leute ehrlich jetzt es tut mir wirklich leid das wusste ich nicht ach egal ist das ein scheiß na gut egal warum ich den Weg geben nochmal ja ich werde es nicht rausschneiden ihr könnt meine quali mit erleben ach die locker nochmals wundern die drei schläge soll mir recht sein soll mir auch vor allen dingen egal sein deswegen laufe ich jetzt einfach weiter ach ist das ein scheiß da habe ich aber echt nicht drüber nachgedacht naja egal gut zur Gefängniskolonie ach ne ernsthaft wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen naja so ja die frage ist ja ich entschuldigung ich überlege gerade ein bisschen was jetzt am sinnvollsten ist in was ich mich verwandele denn ich muss mich öfters zurück verwandeln weil ich mit verschiedenen Personen reden muss das bedeutet ich werde jetzt nicht drachensnepper denn ich werde etwas günstigeres nehmen zum beispiel wolf denn auf wolfe auf wölfe gehen die glaube ich auch nicht los die orks das heißt da kann ich dann einfach dran vorbeilaufen aber äh ich kann halt ich kann halt Geld sparen sozusagen beziehungsweise ich kann die halt schweren Rollen halt aufbewahren so spiel speichern so und ich werde jetzt mich nicht zur Burg teleportieren denn der Weg von hier aus ist nämlich meiner Meinung nach kürzer deswegen werde ich mich jetzt in einen ach einen normalen Snapper geht auch ja ich verwandle mich in den Snapper in einen normalen so oh es ist schneller sehr viel schneller Leute guckt euch das an boah ok finde ich krass aber egal los geht's ein Snapper greift auch glaube ich keiner an deswegen können wir uns jetzt ganz ruhig auf den Weg machen boah es geht aber echt viel schneller gut dumm dumm die da ja ich hoffe der NPC steht hier nicht mehr nein er steht nicht mehr hier das ist sehr gut denn der hätte mich angegriffen alle Menschen werden mich jetzt angreifen oh Drachen Snapper wie süß hallo mein Freund hallo mein Bruder bist du mein Bruder willst du mein Bruder sein nein schade gut schon nicht so was war das für ein Geräusch war ich das ach nur vor wie kreide ich an ok so kreide ich an ok was haben wir in der Höhle hier oh goblins wie süß lohnt es sich das das ist eine geile Axt glaube ich da bist du ja wieder da bist du ja wieder ah ist das schön ah ist das schön ich bin so grenzbedient ist das schön wem passiert das zweimal hintereinander wem oh Gott Herrgott nochmal ist echt nicht wahr es ist echt nicht wahr ok nochmal Snapper Leute ich trinke jetzt mal eben einen Schluck Moment so 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 ah ihr lacht euch gerade bestimmt voll schlapp ja kann ich verstehen dürfte ich habe ich baue gerade mehr Scheiße als ach Gott und woran liegt es ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht tut mir leid Leute ich weiß nicht woran es liegt dass ich gerade so viel Scheiße baue ähm ja vielleicht daran dass ich so glücklich bin dass ich jetzt endlich mich ein bisschen wieder auskenne aber wohl eher nicht so wo ist mein Bruder komm her mein Bruder ich liebe dich ich liebe dich mein Bruder komm her hallo 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 na du wah ne jetzt mag ich dich nicht mehr du hast mich angeknurrt ich mag dich nicht mehr guck mal die knurren mich alle an so nein ich werde jetzt nicht speichern denn beim Versuch zu speichern werde ich nämlich wieder auf neues Spiel klicken hahaha deswegen werde ich jetzt einfach versuchen die so zu killen und shit ja das zum Thema schwer hallo läuft der gerade ernsthaft weg hallo läuft der gerade ernsthaft weg ich glaube doch nicht dass du entkommst spasti egal äh da liegt eine geile Axt und diese Axt würde ich haben hier sieht sie ne Streit Axt guckt Feuerkraut Trank Lederbeutel ja Heilkraut gucken wir mal eben die Axt an seht ihr die wollte ich haben die ist toll die Axt ja lassen wir das äh jetzt verwandle ich mich mal in Wolf Wuff 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 okay ich höre schon auf ähm ja ein Wolf sieht auch ein bisschen krüpplig aus aber gut ich hätte speichern sollen verdammt also als ich noch in der anderen Gestalt war jetzt speichere ich ganz sicher nicht mehr so so es gibt merkwürdige Räusche von sich das mag ich nicht ja wir erinnern uns hier noch dran so halb X also ich zumindest erinnere mich noch hier an von Gothic 1 daran hier ist diese eine Hütte und hier würde ich jetzt mal eben mal auskontrieren aber das war keine gute Idee fuck das war überhaupt keine gute Idee okay ganz schlecht so Leute ja ich hab grad drückgewandelt verwandelt Halt im Namen Inos ich bin Marcos Paladin des Königs sag was du willst und sprich wahr bleib ruhig ich stehe im Dienst von Nordhagen du gehörst zur Truppe welcher Befehl verschlägt dich hierher ich komme von Garond er muss wissen wie viel Erz zum Transport bereitsteht sag Garond dass ich die Schürfstelle verlassen musste weil die Orkangriffe zu heftig wurden ich habe versucht mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen doch ich bin der einzige Überlebende das Erz habe ich sichergestellt es sind vier Kisten geh zu Garond und berichte ihm das sag ihm dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde doch weiß ich nicht wie lange es dauern wird bis mich die Orks hier aufspüren er soll mir Unterstützung schicken ich werde es ihm ausrichten so ja jetzt werden wir uns mal eben wieder in Sicherheit bringen hier so ein bisschen vor allem werden wir speichern weil ich jetzt wieder auf Neuspiel geklickt ey ich werde ausgerast so wie gesagt speichern dann werde ich mal eben einen Trank trinken Trank ja so einen danke und dann ein bisschen Fleisch essen und dann gucke ich mal eben auf die Karte wo der nächste Punkt ist und der nächste Punkt ist da also nicht weiter für gebe ich keine besondere Rolle her das heißt ich bleibe beim Wolf so der will mich angreifen ich gehe ja schon Spassi Paladin na egal ich glaube der eine Feldrauber ist sauer auf mich kann das sein wow der zielt auf mich und schießt ich gehe ja schon bin ich denn jetzt ge... Sumpfratte? hier bin ich falsch ne 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 hier bin ich falsch Leute Hauptsache der Paladin ist nicht mehr hinter mir her oh wie geil das aussieht wenn Wolf runterfällt Entschuldigung aber wieso kann ich mich nicht in Vogel verwandeln und fliegen oder so das wäre mal was also wir merken uns äh es ist total schwach als Wolf irgendwie ja fuck überall Orks aber echt überall Orks Gott Gott oh Gott so los geht's los geht's los geht's los geht's